Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander King und herzlich willkommen zum Dezember 2017. Ich habe eine Tauch-Safari gebucht auf der Amedia. Das ist dieses Tauch-Safari-Boot, was ihr hier vor uns seht. Das war kurz vor Weihnachten, deshalb wurde jetzt hier noch die Weihnachtsmütze mit eingepackt unter Wasser. Und in diesem Video geht es ein bisschen über Interaktionen mit Tieren, wie man mit Tieren unter Wasser interagieren kann. Und eins der großen Highlights war definitiv das Tauchen mit Delfinen. Und ihr seht auch direkt einen Fehler, den man hier, oder ihr seht direkt einen Fehler, den die Dame mit den pinken Flossen macht. Sie jagt nämlich den Delfinen hinterher. In der Evolution der Delfine kommt der Mensch nicht vor. Früher sind keine Neandertaler irgendwie ins Wasser gesprungen oder so, um mit Delfinen zu tauchen. Und mittlerweile kommen wir so langsam in den Lebensraum der Delfine rein. Aber wir müssen uns ein bisschen anders verhalten. Wenn wir hinter den Tieren herjagen, was passiert? Die Tiere fühlen sich bedroht, sie kennen uns nicht wirklich, haben Angst, dass wir sie auffressen, angreifen, irgendwas und hauen ab. Deswegen ist die allerwichtigste Regel, wenn man mit irgendwelchen Tieren taucht und man möchte, dass diese Tiere nahe kommen, ruhig bleiben und nicht den Tieren hinterherjagen. Und dann hat man die Möglichkeit, und das seht ihr hier wunderbar in den Aufnahmen, dass die Tiere zu einem kommen. Hier war zum Beispiel vorne im Vordergrund eine Mutter. Dahinter war das kleine Junge. Das durfte anscheinend nicht näher ran. Da hat die Mutter sich bewusst zwischen uns gestellt und hat mich jetzt hier wirklich so beobachtet. Ihr seht, wie ich hier ganz gemütlich eine Drehung mache. Der Fotograf hat auch ein schönes Foto von mir gemacht, wie ich mich hier im Kreis drehe mit diesem Delfin. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und so merkt man, wie man diese Interaktion mit Tieren haben kann. Ihr habt das vielleicht auch schon mit dem Manta gesehen. Wenn man da ruhig bleibt, die Tiere kommen automatisch näher zu einem und entscheiden selber, wie jetzt hier in diesem Moment, wenn sie einfach keine Lust mehr haben und dann ganz gemütlich verschwinden. Es kann natürlich sein, das jetzt nur mal kurz auftauchen, Luft holen und wiederkommen. Wäre natürlich schön gewesen. So war es leider nicht. Aber wenn man den Tieren hinterherjagt, dann hat man immer, immer wieder das Problem, dass die Tiere abhauen und letztendlich keine Lust mehr auf einen haben. Und das ist irgendwie nicht so das, was man ja haben will. Man will ja mit diesen Tieren versuchen, so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben. Auch wenn die Tauchzeit von uns, von den Flaschen begrenzt ist oder auch bei den Delfinen, die jetzt auftauchen müssen. Aber man versucht es ja. So. Natürlich mit diesen Eindrücken fährt man dann zurück zum Boot. Das hat man dann mit so einem Zodiac gemacht. Da hat man dann so einen großen Luftballon, so eine Schlauchwurst hochgejagt. Und dann kommt das kleine Zodiac vorbei, holt einen ab und dann fährt man hier zum Boot. Auf jeden Fall kann ich so eine Tauch-Safari nur jedem empfehlen. Macht unwahrscheinlich viel Spaß. Man lernt vieles kennen. Aber wir lernen jetzt noch eine weitere Interaktion kennen mit auch gefährlichen Tieren. Wie kann man mit diesen Tieren agieren? Ihr seht jetzt hier zum Beispiel erst einen, dann später zwei Rotfeuerfische. Diese Fische habt ihr vielleicht schon mal hier vom Zoo Zajag gesehen. Der Norbert hatte auch ein paar oder hat immer noch welche. Und das Handling mit diesen Fischen ist natürlich sehr gefährlich, weil diese Fische haben auf ihren Rücken und an ihren Seitenflossen hartstrahlen. Das kann man sich vorstellen wie kleine Nadeln, die auf der einen Seite richtig scharf sind, die direkt in die Haut eindringen. Und auf der anderen Seite entsteht ein Gegendruck und der drückt dann quasi in eine Giftkanüle. So. Bei einem Nachttauchgang sieht man sehr viele von diesen Tieren und man kann so ein bisschen Gott spielen. Man nimmt seine Taschenlampe und kann diese kleinen Glasfische anleuchten. Und die Rotfeuerfische sind so konditioniert, dass sie schon im Lichtschein der Taucher jagen. Und das ist in fast allen Bereichen Ägyptens so. Hier seht ihr jetzt wie ... einfach mal weggefressen. Und man kann einfach mit der Taschenlampe diese kleinen Glasfische anleuchten und der Rotfeuerfisch schwimmt in diesem Lichtkegel hinterher. Was gerade für Anfänger sehr, ich sag mal sehr unheimlich, sehr spooky ist, dass man irgendwo hinleuchtet und auf einmal hat man da drei, vier Rotfeuerfische. Das ist schon nicht ganz ohne. Also da geht einem schon so ein bisschen, geht das Adrenalin mit. Aber wenn man den Tieren zu nahe kommt, jetzt gerade bei so einem Nachttauchgang, hauen die eigentlich schon automatisch ab, weil sie wollen eigentlich gar nicht jemanden stechen. Die wollen nur ganz gemütlich hier jagen und sind auch unersättlich, muss man wirklich so sagen. Also man kann die wirklich, ich glaube über eine Stunde lang können die fressen bis zum Gehtenmeer. Die haben kein Limit. In anderen Ländern wie zum Beispiel, oder anderen Regionen wie zum Beispiel der Karibik, sind diese Rotfeuerfische eine wahre Plage, weil die den ganzen Jungfisch wegfressen auf den Riffen. Und mittlerweile gibt es zum Beispiel auch auf Curaçao Taucher, die mit Harpunen unterwegs sind, um diese Plage so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und ich wollte euch nochmal zeigen, dass es auch eine andere Interaktion gibt mit Tieren, wie zum Beispiel hier einfach mit einer Taschenlampe, wo die Tiere sich schon in gewisser, in einer gewissen Art und Weise an Menschen, beziehungsweise an das künstliche Licht, das wir mitbringen, gewohnt haben und gerade diese Kegel auch suchen. Und natürlich ist das ein bisschen grausam, aber es ist mal wirklich auch interessant zu sehen. Und das war so einer der Tauchurlaube, wo ich das miterlebt habe. Hier seht ihr nochmal, wie er schön die Fächer aufstrahlt. Damit schiebt er quasi den Fisch so vor sich her. Und ja, was würdet ihr machen? Würdet ihr Gurt spielen wollen? Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist natürlich grausam, aber würdet ihr die Taschenlampe halten und euch das angucken? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin raus. Gut Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss. Manche Fische kommen auch davon.